Hallo? Ja, hallo, hallo. Töne, da ist ein Bestellen machen, heute. Essen. Bitte? Ist heute ein Bestellen machen, Essen. Ein was? Bestellen, Bestellen, Essen. Essen bestellt? Hä? Können heute Essen in Hause. Ein Tisch reservieren oder Essen bestellen? Essen bestellen? Ja. Ich glaube, sie haben sich verweht, also nicht bei uns. Wir sind kein Wiedermesen. Was sind Sie? Schlesen. Was? Was? Äh, nee. Keine Ahnung, was sie meinen. Oder, äh, ich glaube sie. Also, kantonesisch können wir auch nicht. Ah, ist bisschen Mandarin. Genau, Mandarin. Ah. Ähm, okay. Dann, ähm, ich ruf gleich nochmal an. Ja, danke. JamFM Die Achi, der Entertainer-Show. Bis zum nächsten Mal.